Ich muss weg! Wo bist du denn? Hier oben! Hm? Ja? Bist gerade an mir vorbeigerannt? So... Das ist ja übel... Aua! Aua! Was? Geht's jetzt mal vorwärts? Ja, ich wiss... Oh nein! Nicht noch einer! No! Der haut ja mal dreimal zu! Scheiße! Das röchtet neben mir, das ist doch... Ich hab aber auch nichts! Na hier, diese Schrotflinde! Das ist doch so ganz... Oh! Oh! Scheiße! Hm? Hier sind überall Feinde! Scheiße! Ich brauche zwei verdammte Böcke! Wie komm ich denn in diesen scheiß Marschermodus? Ich verstehe das nicht. Ah, jetzt! You need to unlock doors! Go to the control room! And figure it the fuck out! Hey, mach Wicker! Wir gehen zu dem control room! What? Wir müssen zu dem control room! Hat er gesagt! Zum... Kont... Kontroll room? Hinter dir! Go to the control room! Und figure it out! Runter, 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 runter! Ah! Hm... Wir sollen die Zellendoors anlocken! Anlocken! Mit... Mit Käse! Oh, hier geht's was zum... Zwiffeln! Ah, hier! Jetzt ist Party angesagt! Ah! What? Ah! Du wirst das nicht? Ich hab grad alle Zellenturen geöffnet! Ahaha! Was soll ich denn machen? Ah! Hat er gesagt! Und was er sagt, mach ich! Äh... Da kenn ich nix! Können wir uns hier mal kurz drinnen verstecken? Warum? Vorsicht! Boah! Ich glaub ich brauch mal kurz das Päuschen! Warte mal! Halt, halt, halt! Muss ich mal heilen! Au! Au! Ja, dann... Geh doch da rin! Verstecken! Boah! Da ist durch die Tür geglitscht! Da ist den reingelassenen Nikolaus! Durch die Tür... Ah, das sieht ja ekelhaft aus hier! Durch die Tür geglitscht! Geglitscht? Geglitscht! Ja! Und nun, Päuschen! Ein kleines Päuschen wäre angesagt! Ja, gut! Machen wir das! So! Kurzes Päuschen! Weiter geht's! Wir im... Im Zellentrakt! Trakt... Tor! Uah! Jetzt gleich Action! Ja! Traktor Merseburg! Traktor! Uah! Das sah... Das sah jetzt aus! Hätte ich dem den Kopf abgetreten! Ach, der ist schon tot! Du ja! Alter, kommen wir noch mehr? Wie viel passen denn in so'n Trakt... Tor? In so'n Zell... Wir wollen mal in so'ne Zelle reingucken! Das ist ein Trakt-Tor! Hier geht's hoch! Zurück! Äh... Hier rüber, um eh nicht! Woppel! Ah, das geht ja vorwärts hier! Oh, da kommt noch einer! Hm? Huch! Schnetzel! Schnetzel! Hier! Dort gibt's Geschnetzeltes! Vom Band! Und als Nachtisch Splatter! Hm! Mit Splatter-Sauce! Mach doch mal das Ding aus! Mann! Okay, hast du! Ah, klar! Den hast du! Natürlich hasse ich ihn! Hab' ich ihn! Ach, Deutsch ist so'ne geile Sprache! Idiot! So! Hier lang! Hier hoch! Ah! Es geht höher! Es geht höher! Es geht höher! Ja! Meine Angaben sind alle ohne Gewehr! Ich hab' ja noch Schrot-Munition! Hier ist, äh... Moon! Ähm, falls du das wissen willst! Kannst du, kannst du aufheben hier! Oh! Dann hast du voll! Ich hab' voll! Ich hab' voll! Natürlich! Ich hab' einen Gewehr, ne? Hu' sonst! Und du? Kommt, was? Warum bleibt er da stehen? Nee! Wo will er hin? Da läuft ja genauso komisch! Ja, das ist wahrscheinlich so'ne... Das ist die... Das Rohr, was er in der Hand hat! Hm! Das ist wahrscheinlich ganz cool auf Banoi! So zu laufen! Das ist abgebrochen! The breaking down... Ach nee, der will runter! Walking-Style! Du weißt aber, was du willst! Hier unten ist da so'n... Waaaah! Komm, wir rennen, wir rennen! Was? Kann man das zumachen hier? Gut! Oh, oh! Schläger! Wo? Da vorne? Ja! Der muss erst mal weg! Oh, mich trifft er natürlich! Jawoll! Und drauf! Auf! Oh, 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 oh! Keine Ausdauer mehr! Oh, der hat doch mal Ausdauer, hä? Die Sau! Und der hat nur noch einen Arm! Jetzt hat er gar keine Arme mehr! Komm! Na komm! Halt! Halt! Ich spucke dir ins Gesicht und blende mal! Kriegt man seine Beine noch? Ja! Na auf! Da wird halt Headbutts, hä! Kopfärsche! Jetzt fall's auch mal um! Ich kann nicht mehr! Boah! Wie fällt denn der aus? Was? Ich glaub meine Waffe ist ka... Ah, meine Waffe ist kaputt! Ich mach keinen Schaden mehr! Da muss ich wohl mal die Keule schwingen! Äh! Ups! Vor allem hier! Guck mich mal an! Ich hab jetzt den sinnlosen Stock gewiss! Töd... Der tödliche Stock! Moment! Da sind 300 Waffen... 263... Ich glaub das Ding ist besser! Der tödliche... Medi-Kit! Tödliche Bienenstock! Oh... Lass mal einschmeißen, ja! Wo ist er denn? HAH! Alter, bleib stehen! Haben's geschafft, Kollegah! Hä? Wo bist er denn? Häh? 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 Jo... Was gibt's denn mit... Tödliches Metall-Kannabo... Full-Metal-Jacket... Häh? Häh? Uh! Oh! Na ja, ist klar! Häh? Ich brauche... Häh? Ich brauche mehr Feuer-Power für meine Jungen, also sie sind nicht so schade von diesen Dingen. Sure! Riech! Wie viele von diesen Waffen und all die Ammo, die ihr mitnehmen könnt. Meine Jungen zeigen dir den Weg. Ich warte. Geh! Ja, wir gehen ja schon! Hm? Die hinfällige Axt ist hingefallen. Ja, die hab ich dir extra hingelegt. Ach hier, muss ich nochmal. Pfff... Uh! Jetzt muss ich erst mal das reparieren! Reparieren ist gut! Dann kann ich mal meine... Reparieren... Äh, ja. So... Upgrades... Macht das Sinn? Hm... Oh! Ach, für die Schrotchen, die brauche ich gar nicht upgraden, weil Munition habe ich dafür eh nicht. Das ist schon wieder albern. Doktor albern. Hohoho, alter Schwede. 366 plus 156 plus 99. Alter, was hast du denn da? Wucht 757 plus 361. Was hast du denn da für einen Penetrierstab? Ähm... Fragen wir doch die Frauen. Da ist ja... Mit Widerhaken? Oh ja, Hauptsache rein. Mhm. Genau. Das... Das hat sich Ope auch gedacht. Ja... Ähm... Was? Naja. So... Okay... Hier lang, hier lang... Hier lang... Und nun... Und dann... Und dann... Wir müssen hier hoch. Und zwar Feenlager. Ähm... Ich... Wer steht von euch auf? Wer steht von euch auf? Ja... Liegt überall Geld rum. Oh, jetzt hier... Oh, was... Wer klappt nur drum? Alter, hinten wird geschossen. Was geht denn hier ab? Schießen die auch auf dich? Ja. Ich bin da. Boah! Äh, was geht denn hier ab? Ich bin da. Ich bin da ab. Ich bin da weg, das geht ab. Huh... Ja. Oh, was geht denn hier ab? Schöne... Ich bin da. Ich bin ein Held... Sie sind in der Hauptsache... Aber ich bin sicher, dass ich hier noch das nicht spazieren... Ich bin da zu hoch... Ich bin so ein Held... Wir sind doch hier falsch! Hier lang? Hier rüber? Hier lang? Hier rüber? Oh, Geld! Hm? Hier rein? Okay. Ein Schläscher! Ach ne, ne! Oh ja! Aufstieg, langer Aufstieg! Äh! So, Moment mal eben. Ich drück mal U. Ups! Nein! Achtung! Zurück, zurück, zurück! Ach so, jetzt hab ich Munition. Mach mal einfach Tür wieder zu. So, erhöht die Chance auf kritischen Treffer beim Werfen. Hm. Die Chance, einen Feind mit einer geworfenen Waffe sofort zu töten. Was haben wir denn hier noch? Erhöht die Wurfreichweite... Doch, das ist ja alles Werfen. Überleben. Oh, was ist denn hier unten? Kann ich jetzt was nehmen? Ausbildung mit Feuerwaffen. Nachladezeit minus 10%. Das ist eigentlich albern, oder? Aber Raserei könnte ich mal machen. Wenn ein Volltreffer aktiv ist, kannst du mit einer geworfenen Waffe zwei Feinde treffen. Aha. Ja, komm. Ach, jetzt stellt euch auf immer tot. Jaja, so kenn ich euch. Mit Y kann ich Raserei aktivieren. Ja. Hier ist eine Handfeuerwaffe mit Moon. Mal gucken, ob die hier natürlich schlechter ist. Mal gucken. Mal gucken. Vielen Dank.